Ihr wisst nicht, was ich gesehen habe, wo wir am Zurückfahren waren, hier, schaut euch das an, schaut euch den an, was macht er dort, lasst es mir in den Kommentaren wissen, also schreibt es mir hier unten hin, was der Hase dort, der da mit seiner Hand so macht, also wir sind noch immer noch in der Schweiz, okay, also auf jeden Fall, was für eine Brücke, was jetzt kommt, ist atemberaubend, es ist der Hammer, schaut euch das an, schaut euch das an, also wir sind auf der Hängebrücke, da unten ist nichts, wow, was für ein Ausblick, was für ein Ausblick hier, schaut euch das an, es ist wahnsinnig hier, es ist richtig geil, und die Brücke, die wackeln extrem, so was von extrem am wackeln hier, ich danke der Familie, wer die Familie auch immer ist, danke vielmals für alles, für diesen Ausblick, schaut euch das an, da ist gar nichts, da ist gar nichts, da hebt dich, du hebst dich hier, dann bist du am Arm, schau mal rein, das ist unglaublich, was hier, was hier ist, du hast, du hast, du hast, du hebst dich hier, das ist die, ich finde nicht mal passende Wörter dazu, geil, richtig, richtig nice, schön, dass wir das gesehen haben, wow, es wackelt extrem, es wackelt extrem hier, wir sehen uns vorne, weil ich muss hier weniger, weniger vloggen, mehr überleben hier, so, wir sind drüben, schaut euch das an, das ist ein Kaffee, das ist ein Kaffee, und es heißt, über quer an der Brücke, 1 Franken, aber wir wollen heißen Kaffee trinken hier, nicht wahr? Ich hoffe, es gibt einen Kaffee hier, ja, ich habe ein Kaffee, ja, ich habe ein Kaffee, oh, ein Kaffee, warte mal, schau mal hier an, was sie gibt, oh, schön, guten Morgen, ja, guten Morgen, ja, guten Morgen, habt ihr auch Red Bull da, bitte, 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 Red Bull, bitte, Red Bull, nein, Kaffee ist okay, wir haben einen Kaffee, ja, guten Kaffee ist okay, zweimal, äh, nein, wir haben auch Tee, und wir können selber machen, Punsch, Tanschössling, ohne Strasse, mit Alkohol, und Kaffee, Lux, also nehme ich zweimal den Punsch, also für mich halt die Punschle, genau, also wir haben, die Beute, die Drohle, Inger, Apfel, Orangen, und Raume, nachher selber gemacht, das ist Tanschössling, und Krütschling, und dann nehme ich das auch ohne Alkohol, ja, okay, super, ja, das ist super, richtig Tanschössling, genau, das wo wir selber machen, das wo wir selber machen, das wo wir selber machen, weil das ist besser, was würdest du dich empfehlen? Das ist ganz schwierig, schon spät, oder, ja, dann machen wir es so, dann machen wir es lieber so, genau, 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 dankeschön, wow, kreiert sie miteinander, Hallo, 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 wow, was ist? es ist schön, es ist schön, es war etwas, etwas Dorfiges zum Erleben, richtig, richtig, was gibt es hier, warte mal schnell, hier unten, das ist ein Naturschutzgebiet, dort, seht ihr, dort ist der Fuß, genau, den Namen von dem Fluss, den schreibe ich euch jetzt, hier unten hin, ich liebe die Natur, ich weiß nicht wieso, aber es ist, es ist einfach herrlich, sieht euch das an, wow, also, wir sehen uns gleich, wenn das Getränk ankommt, das ist, das ist Kräuter, es ist weiß, und das, was ist das? Tanschüssel, Tanschüssel, keine Ahnung, was das ist, aber, ich werde mal beides probieren, sieht aus, wie es ist, jemand war zuerst da, zuerst, 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 wie schmeckt das, du bist beides gut, wow, ist das süss, wow, ist das süss, wenn ich das sage, aber das schmeckt mir besser, so, das schmeckt exzellent, also, empfehlenswert, wenn ihr in der Nähe seid, Adelboden, Hängebrücke, hierhin, Tee trinken, ja, wie geht's dir, wie geht's dir, ja, bist du herzlich, ja, wie geht's dir, ja, ich weiss, wie geht's weiter, so, das war ein Glückstreicher, tschüss, 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 ja, bitte, da haben wir, das ist, die Brücke, das ist Privateigentum, Baukosten 75 hier, und vergisst nicht, wenn ihr hier seid, kommt, hierhin, auf die Hängebrücke, geht daheim, isst, esst und trinkt etwas, wirklich, ich muss sagen, ich empfehlenswert, Tee, das ist der Tee, den wir gehabt haben, war süß, war richtig süß, also, wenn ihr so etwas wollt, dann fragt nach etwas weniger Süßes, also, etwas Minimes, das Minimes, aber sonst, das war super, Kräuter, die Tanne, 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 Tanneschnucki, Tangeschacki, keine Ahnung, aber es war, es war richtig, richtig nice, und jetzt wieder, die Todesbrücke, hier, aber, aber, es ist abartig schön, ich muss sagen, ey, den Ausblick, hier, es ist unglaublich, es ist einfach herrlich, oh ja, das war, schau mal, Helikopter, weiss nicht, ob ihr das sehen könnt, dort oben, und, komm, mal Sinn, wenn sie da retten, weil es meistens ist reger, wenn irgendwie ein Unfall passiert ist, auf dem Berg, komm, hin, und retten einen dann, aber, herrlich, am liebsten, am liebsten, würde ich, würde ich mal hier hingehen, siehst du, da, schön, schon etwas, etwas, majestätisches, es ist majestätisch, aber, wie sind sie hier, oh, shit, ich glaube nicht, was ich gesehen habe, schaut mal her, das sind, das sind Drohnen, siehst du, DJI Drohnen dort, die einfach dort hängen blieben, also, das sind, das sind mehrere, ich sag mal, mehrere tausend Franken, die dort, die dort herumliegen, ich weiß nicht, ob ihr das sieht, aber, unglaublich, und ja, die Brücke ist sicher, und willkommen, aber, he he, wer Höhenangst hat, der, der sollte, der sollte nicht, der sollte wirklich nicht kommen, weil es ist, es ist wirklich, wunderschön, aber, richtig empfehlenswert, wenn ihr hier seid, Adelboden, Hängebrücke, geht rüber, trinkt etwas, meine Empfehlung, und, wir sehen uns dann, beim nächsten Video, Tschüss.